Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zwei Themen werden jedes Jahr vor der Weihnacht Tag für Tag wichtiger. Das Schenken und das Kochen. Im Festtagsjournal, das Sie diese Woche mit der Post bekommen werden, hat GOB darum nicht nur Geschenkideen, sondern auch wieder verschiedene Rezeptvorschläge für ein unkompliziertes Festessen zusammengestellt. Anspruchsvoll, aber auch für die gewöhnlichen Köche zu Hause verständlich, ist das Festtagsmenü, das uns Herr Moser hier im Studio kochen wird. Herr Moser ist Küchenchef im L'Ecater Saison in Basel, ein Restaurant, das in der Region als Gourmetreffpunkt bekannt ist und übrigens auch zu GOB gehört. Grüezi miteinander, ich habe für Sie ein viergängiges Festmenü vorgesehen, das ich Ihnen in zwei Teile präsentieren werde. Heute einmal die Vorspeisse und die Suppe, übernächsten Mittwochstudio, der Hauptgang und das Dessert. Und zwar gibt es heute einen Wintersalat mit Langoustinenstrudel an Peperoni-Sauce. Den Strudelteig habe ich schon vorbereitet, auf einem bemehlten Tuch ausgeweilt und auszogen und in 15 cm grosse Stücke geschnitten. Und darauf kommen jetzt die halbierten Langoustinen? Richtig, man kann aber auch Crevetten nehmen. Darauf kommen dann die Lauchstreifchen, den Teig wahlen wir zum Strudel zusammen, bestreichen den mit Rahm und bestreuen den mit Sesam. Dann kommt er in den Ofen und wird ein paar Minuten knusprig backen. Jetzt wird die Peperoni-Sauce und den Salat bereit gemacht. Hier habe ich vier bis fünf Sorten Sesam-Salat, je nach Angebot, auf einem Teller, bugetartig angerichtet, abwechslungsreich. Dann arrangieren wir Peperoni-Sauce, Rot und Gel, hier drauf den Knusprig backen, Langoustinenstrudel und servieren sie sofort. Besten Dank, Kemoser. Auf dem Programm steht noch eine Rande-Cremesuppe mit Nier-Rittich-Schaum. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung dieser Woche und ich kann es nur empfehlen. Empfehlen kann ich Ihnen zum Schluss auch noch den neuen Espresso Premio, der speziell für Espressomaschinen entwickelt worden ist und der Ihr ein Festessen mit seinem ausgewogenen Aroma wunderbar wird abschliessen. Und denken Sie daran, der Hauptgang von Herrn Moses im Festmenü kommt in zwei Wochen im Mittwochstudio. Verpassen Sie es auf keinen Fall. Wiedersehen. Drei Audiokassetten TDK 90 Minuten kommen Sie jetzt bei Coop für nur 8.80 Franken über. Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Coop 800 Gramm Gerber Fondue, 2 Franken günstiger für nur 7.90. Und das Kilo Quickschäufe für nur 1950. Und morgen übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop das Kilo Bananen für nur 81. Auf Wiedersehen. Da heisst es immer bei einem Geschenk fragt man nicht noch ein Prinz. Aber wenn beim Radio TV Steiner alles schon so günstig ist, dann kann ich mir doch zu dieser kompakten Sony Midi-Hifi-Anlage gerade noch ein paar CDs leisten. Oder zu diesem superhandlichen Panasonic VASC Camcorder mit 6-fach Motor zum ein paar leeren Kassetten? Und beim Preis von diesem 70 cm Grundungsstereo Farbfernseher mit eingebautem Teletext liegt der Champagner zum Silvester gerade auch noch drin. Radio TV Steiner Kaiser wie keiner Radio TV Steiner Frau Schmidt Sie mehr daraufh Clint